Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen Vlog-slash-hinter-den-Kulissen von dem neuen Musikvideo von Umutimur. Das Lied heißt Million. Das Musikvideo ist schon draußen, das Lied ist schon draußen. Ich werde euch das auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken. Und ja, ich habe da mitgespielt, was echt wirklich sehr, sehr krass war für mich. Ich kann es bis heute nicht glauben. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe versucht, alles so gut es geht aufzunehmen. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020